direkt mit diesem ah cool also wenn ich jetzt kann jetzt zum Beispiel so machen dann auch jetzt nicht warten und dann wenn ich zum Beispiel oben haben will dann mache ich das 2 2 und dann hat dann habe ich hier auf der 2 den Bogen und so dann auf die 1 mach ich mal und dann kann ich jetzt hier so 2 und dann habe ich den Bogen ach scheiße ja so e ich denke Tränke sind ich drücke immer Escape von Minecraft das muss mich jetzt ein bisschen ich sag zu viel Minecraft glaub ich ja machst du eh als anders liest ich will abschneiden oh es geht nicht schade ach ja genau ich muss ich hier holz dir Hallo E ach er hat das nicht mal umgeschaut ob da noch was ist auch nö und wieder zurück ja ich komme wieder zurück die sind aus dem Weg jetzt noch weiter er gibt es ich bin jetzt nicht da war da kommen wir her schatten sie ist das schlafen und das selbst gemacht nicht er hat er hat bei der dritten ich habe es laut durchmacht der Kanzel Worte gehabt also erlaubt werden davon hat euch noch nicht erspägt sich in den Vorbeischleißen das Schleichmodus 1 Schalten drückt ihr L Steuerung es ist die dieses L man muss kaputt schweinzlöschung ich will das jetzt schon zu wollen so ihr braucht nur Gold und Eisenzeichen die Steuerung ihr seht das Fadenkreuz zu einem Auge ihr seht dass das Fadenkreuz zu einem Auge wird wenn ihr schleicht wenn ihr das Auge dunkle wenn das Auge dunkle scheint kann euch niemand sehen je heller es wird desto mehr seid ihr daran entdeckt zu werden also wir müssen Steuerung ja genau bei Steuerung schlechten wir wo ist das Auge ich seh kein Fadenkreuz und kein Auge oh man das Fadenkreuz wird zu einem Auge das ist doch wohl ein Auge und desto heller das wird desto näher seid ihr daran erspäzt das wird aber gar nicht hier oder bitte vorbei man du sollst ihn knallen nicht vorbeischlaufen das ist nicht und sie sind doch Prozent 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 ich habe nie die Erkennung der Schmerz von der Händen abschießen voll an Kopf geben hätte ich habe es schon dass ich gerade so genommen so ja erzeugt also okay ja nicht nicht als Ziel die Fressenraten ja wir haben vielleicht lecker du kannst es alles mein Name in den Trank da dessen Trank gift die Gifte auch Knoblauch brauchst du nicht nur bald nicht und gut die Tricks ja genau stimmt du kannst Leichen offen wir sind gleich das muss die Leicht Kost der das ist nun alles mit aber man will ich nicht hier vorbeikommen ich bin nicht dass es so viele Menschen der Nürnberg schafft noch das Spiel ist voll ganz mal ein Konto ja ja mach du ich spiele während dessen weiter und das ist ein bisschen laut jetzt laufen ja scheiß doch doch weiter das nur tote kann denn es ist hier irgendwie noch das tutorial oder so ist aber ich habe wieder so ein komisches schloss gefunden und wie runter ach ja warte das mache ich gleich ich mache es gleich da musst du das fenster aufmachen und runterziehen das ist ein bisschen kaputt so muss einfach ziehen ja das passt schon so weit reicht schon wir sind hier gerade ein bisschen am oben bauen ja ich warte jetzt aber aber macht dann das licht bitte ansonsten sehe ich nicht meine tasten sehten ach du scheiße sind zwei von diesen scheiß typen gut doch mal lieber sie hat mich jetzt jetzt morgen ich denke schon was haben die ganze Fressen aber die haben irgendwie so von so einem Schaf oder so da muss wenn es oben ist wenn ich jetzt einen Fall die ich und noch nicht ich bin wir haben es nicht kommen wir wie waren das jetzt eigentlich mit dem Kreis Scherz den Tränen großen Lust so war es doch da mein da Frank Prozent Prozent schwarzer Lebensenergie Lebensenergie und es sind alles Lebensstränke kann leben ja da kann ich da ich eine Zeit für zuweisen wenn ich jetzt drei machen da drauf drücken dann habe ich darauf drei die Dinge heißt nicht wenn ich jetzt drei drücken dann kann ich hab ich ja ist doch gut zu einem mal einen Möchern genommen hat und noch ein dritt neun man hat zwanzig städtischen und die haben nicht zwanzig stück doch die dritte brauchst du geschaut dass wir keine Ahnung da hat das auch ein Bildschirm ich bin ich brauche immer auf dem Wettbewerb im letzten Endes doch so scheiße das ist das Bild auch so unscharf das tun sich ja ach so scheiße dass die kommen Euro Akio er kann sein wie die Schild so vor allem er ordentlich jetzt kommen wir langsam in die Stau da ich mal mit Bogen wie waren das hätte ich mir ist die Kunde Bogen schießen ach so das war nur Bogen schießen kann das wüsste ich jetzt aber schon mal gerne ach so schnell nein ihr könnt nicht warten gut gut mal drauf bleiben habe ich doch das geht nicht oder so mit so gut so boah keine Ahnung der Scheiße das war schon cool m wir haben es doch die die Geräusche nicht mal Kau m das ist ein Affe er hat nicht noch ach ja wir haben ja ein Eidenschild bekommen ist mir gerade eingefallen du hast es doch ausgerüstet schon ne das Eisenschild noch nicht doch Junge guck doch an denn ein Eisenschild ausgerüstet ein auch schon ja alles was so blau ist hast du ausgerüstet könnten das kann sich aus ich würde gerne bei der Landung und so ein Kratzen die haben die Gefangenheit die ich finde es ist möglich bei Skyrim also okay man kann sagen Skyrim ist von Oblivion ein bisschen noch nachgemacht aber bei Skyrim musst du auch als erzlichen durchzuholen ist das ein Magier ja abhaut stand ach du Scheiße der macht der Zauber kann ich von ihm in die Zauber schlafen auch den Schamanschen den Schimpferscheid ein sehr schön eine Strecke versteht auch glaubst und einer nach oben kleiner Seelenstein umsonsten und so ein Backel er hat gemeint heißt es ist irgendwie hier um Eisener Streitkunde durch das jetzt als Waffen nehmen sie ja alles anliegen ist der zweite Maschinen dran was ein wenig zweit er muss also das Väter heißt wahrscheinlich Leichtigkeit der ist leichter als der Streikholmen dieser Dolch heißt wie viel abstehen es ist der zum Sport zwei Hände zweitig das scheiße und mit denen er in den Strecken die Götter natürlich an die Pottweck warum heißt so so genau das hätte es hast du Goblin Schamanen Stab auf der 1 auch die hinsichtlich als ein Streikholmen als wenn ich jetzt so machen und ein ich bin der ist besser Markmanus insofern er hat sich ja doch der Muster das wird immer noch schwerer Gold und nach dem die Partie und an das Ziel alles mit sie überwarten und wir brauchen uns das macht okay er hat ein Apparatur amal gefunden ist er sich damit aus und Prozent um mit Hilfe einer Waffenschmiedfertigkeiten Waffen und Rüstung zu reparieren beschädigte Waffen und Rüstung sind weniger wirksam es ist also angeraten sie stets in gutem Zustand zu halten Prozent können halt unser und lieben da muss man in die Schauen Schaub ach ich glaube das Leben also dieses Herz da oben heißt wie viel ist noch auswältigt zu haben wenn ich mir das ist der Wunschwürste ist dann zu tun nächstes alles den Streikholz noch nicht benutzt sie hat dann noch 100 jährlich schon da müssen halt ihre Wartur wir haben wir dabei wir haben ja in drei Smitglied so hoch wie es zu tun der Unterricht das ist tot ist tot er nach sie zu tun jetzt ab kündigt um und glaube ich schon mal hat sie ein Wort er auf Leimann 1 zu ich hoffe wir nehmen auch das wäre so scheiße wenn wir nicht aufnehmen würden das wäre nicht nur scheiße das wäre vielleicht mal beim nächsten denn die Mission ist es so nach oben ist es irgendwie sonst ein 4 die tritt nachschauen ob er jetzt irgendwie das schon wieder nicht im Raum und umgeschaut das ist nun hier ist hier irgendwann das mal zu Ende und wenn speichert wo bitte ich denn dann ist das sicher ich glaube jetzt bis zu sein ich habe da Probes jetzt wieder bei den Typen das war es war so klar muss ich die jetzt anreifen oder so ich hatte sie an schon wieder dieser Gefangene Tötet ihn er arbeitet vielleicht mit den Assassinen zusammen werde er mich töten ja hau ihn halt man wie ihr wünscht sie können nicht verstehen weshalb ich auf Vertraue die Fresse sie haben nicht gesehen was ich sah wie soll ich das erklären hört zu kennt ihr die Neuen wie sie unsere Schicksale mit unsichtbarer Hand leiten die Neuen führen und beschützen uns ich bin ich bin auf die Götter nicht gut zu sprechen ja ich habe den Neuen mein ganzes Leben lang gedient und ich finde meinen Weg durch die Zyklen des Himmels der Himmel ist mit zahllosen Funken markiert jeder von ihnen ein Feuer jeder von ihnen ein Zeichen ich kenne diese Sterne gut und ich frage mich unter welchem Zeichen stand eure Geburt ich bin meinst du hast Eigenschaften Eigenschaften und auswählen was man mir auch was wir machen wollen und der Magier Magier war schon da ist die Paprika aus Deutschland schatten da gibt es noch viel mehr immer unter das ist Niemann und Ehrliche Kumpel so viel zu tun zu schauen man hat man da war auch Krieger ganz unten Mario oder Krieger so Hava Wava ja das ist dumm essen tsch